Musik Mit den Kollegen nach Feierabend auf die Strecke zu gehen, das war für die meisten Starter Motivation genug. Die Veranstalter hatten sich mit der 5,3 Kilometer Distanz eine Strecke ausgesucht, die in keinem Rekordbuch steht. Deshalb spielte die Zeit für die meisten auch keine Rolle. Auch wenn das Wetter mit den Temperaturen nicht unbedingt lauffreudig war, Motivation gab es für alle Läufer vom Rand der Strecke. Das war's für alle Läufer des Strecke. Das war's für alle Läufer des Strecke. Vielen Dank! Zuck, zuck! Zuck, zuck! Zuck, zuck!